Willkommen! Heute zeige ich Ihnen die Willi Schiele Gruppe 123 00 Softie in einer zweiteiligen Kombination mit Longchair in Leder Z6995 Graphit. Nun, Sie brauchen nicht viel Platz für Softie. Sie wirkt auch leicht, weil sie hohe Füße hat. Sie brauchen in der Länge 269, die Lege hat 1,75 Meter. Übrigens, die Liege. Sie liegen hier richtig besonders, gut ist zu wenig, besonders. Oben soft, unten fest. Das Armteilkissen ist auch dabei, da kann ich mir das richtig schnuckelig machen. Auch die Rückenkissen sind hier lose, so dass jeder sich das richten kann, wie ihr am besten sitzt. Und Sie können hinter die Rückenkissen auch noch Kopfstützen klemmen, sich im Fachhandel kaufen. Die Gruppe ist zweiteilig, das heißt leicht zu transportieren. Der Sitz ist lose, Sie können also auch da runter saugen. Kaltschaumsitz, hochwertige Polsterung, hochwertiges Gestell, Willi Schillig-Halt. Softie, eine skandinavische leichte Form, in einem tollen, pflegeleichten Long-Life-Leder, Männer geeignet. Für alle, die nicht viel Platz haben und es trotzdem bequem haben wollen. Die Farbe ist gut zu kombinieren, vielleicht für Sie, für Ihren Wohnraum. Dann müssen Sie relativ schnell Klick-Klick machen, weil wir haben Sie nur einmal. Und tschüss.